Henrys Auktionshaus. Seit 1979 eine feste Größe unter den deutschen Auktionshäusern. In drei Häusern und auf fast über 10.000 Quadratmetern Ausstellungs- und Verkaufsfläche bieten wir für unsere Kunden ausschließlich wertvolle Objekte wie Orientteppiche, Kunstgegenstände, Antiquitäten und andere Raritäten an. Untertitelung des ZDF, 2020 Zusätzlich zu den Auktionen können Sie edle Dinge auch im regulären Verkauf erwerben. Neben wertvollen Einzelstücken aus Privatbesitz bieten wir Ihnen Qualitäts- und Designerware aus Geschäfts- und Lagerauflösung zu ausgezeichneten Konditionen an. Ein ganz besonderes Augenmerk jedoch legen wir auf unser Schmuck- und Uhrenangebot. Hier gehören wir zu den führenden Anbietern unter den Auktionshäusern. Anhand eines Beispiels möchten wir Ihnen veranschaulichen, welchen Weg ein Schmuckstück bis zum Käufer nimmt. Nach einer ersten Begutachtung durch unsere Sachverständigen Mitarbeiter, wird von einem Gemologen in Ihrem Auftrag ein unabhängiges Gutachten erstellt und somit der Limitpreis festgelegt. Der Limitpreis ist der Preis, mit dem Ihr Schmuckstück in der Auktion angeboten wird. Stimmen Sie diesen Preis zu, nehmen wir das Objekt in unserem Katalog auf. Mit einer Auflagenstärke von 60.000 Katalogen und unseren Vermarktungsmöglichkeiten über das Internet sorgen wir europaweit dafür, dass Ihr Objekt von möglichst vielen Interessenten gesehen wird. In der Regel zehn Tage vor dem Auktionstermin haben Interessenten die Möglichkeit, das Schmuckstück in unserer Vorbesichtigung anzusehen. Musik 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 Am Auktionstag kann dann mit einer Bieterkarte, die zur Teilnahme an der Auktion notwendig ist, per Telefon und sogar über das Internet auf das Schmuckstück geboten werden. Musik 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 Bei erfolgreichem Zuschlag und der Bezahlung an unserer Kasse können Käufer die erworbenen Objekte sofort mitnehmen. Musik 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 Bei erfolgreichem Zuschlag und der Bezahlung an unserer Kasse können Käufer die erworbenen Objekte sofort mitnehmen. Musik und das Ganze um die 10 Tage Garantie auf die Echtheit und den Wert der erworbenen Objekte. Hierunter fallen auch verdeckte Mängel. Mit Ablauf dieser Frist erhält dann auch der Verkäufer sein Geld. Hohe Fachkompetenz sowie schnelle und verlässliche Arbeitsweise erlauben diesen hohen Standard einer Dienstleistung. Die optimale Realisierung des Gegenwertes von Wertobjekten. Die optimale Realisierung des Gegenwertes von Wertobjekten.